Verbkonjugation Teil 8 Fahr-renn F A-H R E-N Fahr-renn Ich fahre Ich fahre Ich fahre Du fährst Du fährst Er, sie, es Fährt Er, sie, es Fährt Sie, sie, wir Fahr-renn Sie, sie, wir Fahr-renn Ihr Ihr fahr-renn Ihr fahr-renn Zur Arbeit Auto fahren Ich fahre zur Arbeit Auto Du fährst zur Arbeit Auto Du fährst zur Arbeit Auto Mein Vater fährt zur Arbeit Auto Wir fahren zur Arbeit Auto Wir fahren zur Arbeit Auto Ihr fahrt zur Arbeit Auto Ihr fahrt zur Arbeit Auto In den Urlaub fahren Herr Meier, wann fahren Sie dieses Jahr in den Urlaub? Herr Meier, wann fahren Sie dieses Jahr in den Urlaub? Dieses Jahr fahre ich im August in den Urlaub Mit der U-Bahn fahren Mit der U-Bahn fahren Hallo Michi, wie oft fährst du mit der U-Bahn? Hallo Michi, wie oft fährst du mit der U-Bahn? Na ja, ich fahre doch jeden Tag mit der U-Bahn Na ja, ich fahre doch jeden Tag mit der U-Bahn Nach Hause fahren Nach Hause fahren Papa, wohin fahren wir jetzt? Papa, wohin fahren wir jetzt? Jetzt fahren wir nach Hause Jetzt fahren wir nach Hause In die Stadt fahren In die Stadt fahren Fährt Jonas mit dem Bus in die Stadt? Fährt Jonas mit dem Bus in die Stadt? Ja, er fährt mit dem Bus in die Stadt Ja, er fährt mit dem Bus in die Stadt Nein, er fährt mit der S-Bahn in die Stadt Nein, er fährt mit der S-Bahn in die Stadt. Und jetzt kommt die Wiederholung. Wiederholen wir noch einmal. Ich fahre. Ich fahre. Du fährst. Er, sie, es fährt. Er, sie, es fährt. Sie, sie, wir fahren. Sie groß, sie plural, wir fahren. Ihr fahrt. Ihr fahrt. So, das war für heute. Verbkonjugation. Fahren. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 eso